Die Tigerkatze, die sehr lieb und zutraulich ist. Dann Benjamin, der große schwarz-weiße Kater, sechs Jahre alt, dessen Besitzer leider gestorben ist. Dann die Minka, das Tigerl mit Weiß, ein zartes, kleines Katzerl, aber auch schon ausgewachsen. Ein Findling, der Besitzer hat sich nie gemeldet. Und zum Schluss Felix, der schöne Räderkater, neun Monate alt, der hier auf meinem Schoß sitzt und der auch um meinen Platz bittet. Unsere Abgabenummer ist 804 36 28 und wir werden wie immer von jetzt an zwei Stunden auf Ihre Bewerbungen warten. Jede Bewerbung wird aufgeschrieben. Wir stellen ein paar Fragen und am Sonntag sitzen wir den ganzen Sonntag da und rufen Sie zurück, wenn Sie sich beworben haben. Bitte bleiben Sie zu Hause, bitte helfen Sie uns, die Tiere noch unterzubringen in diesen Sendungen, die wir noch haben, bis zur großen Sommerpause. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen schönen Nachmittag und einen guten Abend. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Nachmittag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Nachmittag.